Hallo ihr lieben Wäckchen. Hallo Wäckchen Kinder. Nun ist schon leider einige Zeit vergangen, wo wir uns leider nicht mehr sehen konnten. Und jetzt kommt ja bald der Osterhase und leider kann der nicht zu uns in den Kindergarten kommen, der muss zu euch nach Hause kommen. Und dafür hoffen wir, dass die Sonne scheint und ihr gesund seid und mit Mama und Papa noch eine ganz tolle Zeit habt. Damit wir vielleicht ein bisschen teilhaben können an die tollen Sachen, die ihr zu Hause macht, würden wir uns freuen, wenn ihr etwas für euer Bildungsbuch vorbereiten könntet. Und jetzt arbeiten wir bei den Osterhasen und freuen uns auf die Zeit, wenn ihr alle wieder zu uns, zu den Bölkchen, zurück in den Kindergarten kommt. Tschüss! Bleibt schön gesund!